Willkommen zurück zum Let's Play Together Magikar mit meinen üblichen Begleitpersonen-Kollegen Stefan und Kevin. Sagt mal hallo ihr beiden. Hallo ihr beiden. Es war so klar ey, es war so klar. Also gut. Als Tolleroper habe ich mir den Epic Sex Gamer ausgewählt hier, weil der gefällt mir und so. Fuck, jetzt habe ich ihn verloren. Ah, wo ist er hin? Was kann der mit seinem Lachen eigentlich machen? Fangen wir nicht, steht nicht dran? Da steht er nicht dran. Da steht, das einzige was dran steht ist, eine wundervolle Welt. Oh, sinnende Zauberer mit starken Armen. Jo. Na dann. Jo. Hört sich doch gut an. Spiel beginnt in 3, 2, 1. Also gute Story können wir nämlich glaube ich überspringen, weil wir wurden ja nach Nilfheim teleportiert. Wir haben diesen komischen, komischen Super-Oper-Zauberer da platt gemacht. Aldo, Alduin, irgendwas, ich weiß nicht mehr. Da wurden wir zu Flatt teleportiert. Ja, was auch immer. Und Flatt hat uns dann wieder, hat uns nach Nilfheim teleportiert, damit wir, was machen? Irgendjemanden finden, der uns da rausholt. Lol. Ehhh, wir sollen tot stehen. Ehhh, du weißt was ich damit mache. Ehh, was da ist. Wie benutzt ich eigentlich meine Sachse, die meine Begleiter? Da, äh. Uhhh, ich glaube, ich schnaufe. Wie benutze ich meine, wie benutze ich meine, 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 oh. fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, ah Kevin, hilf mir, ah danke ach verdammt und weiter geht's lass den Scheiß ok ja komm, alter ja, auf jeden Fall, wie benutze ich jetzt mein Dings hier oh aber da ist nicht mehr original, wo muss man hin das ist die Frage hier weiter wo ich bin sicher Kevin so bin ich oi 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 die hier irgendwo bietet weiß ich nicht aber jetzt ist es weiter ein zweiter zu gehen, warum weißt du wo es lang geht schon müssen wir gar nicht lang, egal hallo Party yo, Halloween ey, der schießt ja auf uns Arschloch ey, warum hast du den Schild gemacht? weil die auf uns schießen und ich muss aber schaden schützen wir vielleicht sie muss schon einfach nur heilen ach so noch besser, wenn man ihnen Heilschilder gibt kublaaam, das macht so viel Schaden ey, bleib stehen ich weiß nicht, ich bin gefördert von meiner Waffe hier ich werfe mit Disketten auf Gegend, also nicht mit Disketten, sondern mit CD's halb lassen ähm 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 wo bin ich? tot? ey ey ich auch nicht ich glaub du warst tot, Kevin, oder? ich glaub du warst tot, Kevin, oder? ich kann mich immer retten wir beide brennen und wenn ihr zu nah kommt, stirbt wir beide brennen und wenn ihr zu nah kommt, stirbt ooooooh ooooh weiter gehts und wo auch die die 요destie m die 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 ist Das ist die 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 Tod. Fernreisenvermittler. Ach stimmt ja, halt dein Reisebüro. Ruhe, ich hab doch gar nichts gesagt. Gut, das heißt heilen, was das Zeug hat, ne? Wir gehen bei deinem Reiseort. Wo ist denn? Für den eigentlich heilen? Ach, unten ist er ja. Na klar, einfach tot heilen. Ich hab eine Idee, Stefan, kannst du dich mal Stunlocken? Bitte was? Kannst du dich Stunlocken? Oh! Kannst du mal aufhören mich zu... Ich mach grad gar nichts. Ich weiß nicht. Ich bin grad gestunnt, ich bin eingefroren oder sowas. Äh. Stefan, du bist der einzige, der sich jetzt so bewegen kann. Oder Kevin, kannst du was machen? Nö. Cool. Au! Ach Mensch, Stefan. Was war denn jetzt los? Wir haben tot geheilt. Seid mächtig sterblich. Seid mächtig sterblich. Seid mächtig sterblich. Seid mächtig sterblich. Wählt einfach die 0900 Sensenmann. 0900 Sensenmann. Yeah. Er lernt Todesbeschwörung. Ach, ich geh mal die 0900 Todesbeschwörung. Ach ja, Sensenmann. Klar. Klar, klar, klar. Ein lieber Kerl. Ein lieber Kerl. Ja, wie praktisch. Die Kälte war schneidend. Fürchterlich. Aber die Silhouette eines nahen Schlosses entzündete einen wärmenden Funken Hoffnung. Gut, dann sind wir beim Schloss Galdröl. Dann benutzen wir mal jetzt Feuer. Wir benutzen Feuer? Ja, keine Ahnung. Sicher? Nein. Oh. Die Bäume brennen schon. Ich glaub, die brauchen kein Feuer mehr. Wie nun so Skatilöver war. So Zirkoppetenz. Hehehehe. Oh Mann. Okay. Auf Feuer kann man mit Feuer bekämpfen. Auf Feuer kann man mit Feuer bekämpfen? Ich will die Bäume ja gar nicht abfackeln. Ein Regenbogen. Oder so. Ein Skispringer. Oh ja. Der hat von einem Wirtel gefressen jetzt. Oh mein Gott, nein. Noam 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 noam. Okay. Als wär's nicht Feuer gesehen gewesen. Hilfe. Hey. Danke. Oder so. Hey. Was war meine coole Combo immer? Ich hatte immer... AAAAA... AAAAA. Hey lass mich hieru... Hey. Nicht mich... Die Idioten! Faits uns... Raits uns. Tja. Ich könnte. Was krieg ich doch hier? Verdammt. Falsche Combo. Umm. Hell. ön. フ pessoal mispen s mu? Warum bin ich jetzt gestorben? Fetzt mich! Ah! Geht nicht, ich bin tot. Und die die besiegt! Ach Leute, ihr kennt doch gar nichts, oder? Verdammt. Vom Yeti besiegt. Ist endlich wie immer ein Oxfamsteig. Blablablablabla. Hatten wir schon mal. Okay. Das Schild aufbauen und... Ja, hatten wir auch schon. Okay. A, A, A. SE und zack! Alter, warum hält so viel aus? Ich mach ihn mal nass, ja? Kevin! Jetzt möchte ich ihn mal anfangen. Slamm. Wenn wir mal die Geisel-Kombo oder einfrieren und dann einfach... Hier, mach nochmal. Ich freh ihn, ich mach ihn nass. Er ist nass. Kabam! Oh Gott! Oh, mir ist kalt! Oh! Der nächste! Warum ist er so langsam eigentlich? Ist ja schlimm. Die sind so langsam. Kann jemand den nass machen? Ich hab ne Idee, was ich mir ein Kälteschild gebe. Vielleicht bin ich da nicht so langsam. Ich glaube, es klappt sogar, oder? Ich glaube, es klappt sogar, oder? Das geht auch so, glaube ich. Okay. Auf dem Boden befindet sich ein Flammensymbol. Gut. Ich glaube, es hat's gebracht. Nein, das ist nicht. Doch, aber das... Fade fuck! Okay. Wir haben einfach die Teil an der Seite an der Hand sind, oder haben die schon gebrannt? Die haben schon gebrannt. Die haben schon gebrannt. Die haben schon gebrannt. Die haben schon gebrannt. Ja. So. Oh! Oh! Der Falsche! Ich kalt den Kalt! Oh! Der Falsche! Ja! Kalt den Kalt! ... Ines... ...tu bis noch mal was? Jaaa ja ja... außer warum stehen außer davon stehen da nicht so schnell gut also was gefällt mir schon mal und so gut wie geht es scheiße die ist das heilige Boden ihr werdet für eure eindringlichen Bisschen das wollen wir doch mal sehen das habe ich verkackt hat gerade jemand Slow-Mo gemacht? nein niemand das ist ja der falsche der falsche Slogan-Mod und sowas hier KACHING kann man mich nicht mehr retten danke ähm kann man mich nicht mehr retten danke danke dass du tot auf uns hetzt jetzt tot wird auf euch? ja echt was? faktisch hab ich ganz selbst getötet scheiße ähm hey retts mich retts mich so warte mal der soll der tot mal nicht auf euch gehen r r q r s ach fack verdammt r ein s r r q r s fack warte auf was geht jetzt warum geht er auf euch? hey ja der soll denn nicht ich werde hier auf die Gäste machen weil du zu dumm bist zum zielen deswegen geht er auf uns eigentlich nicht ich krieg what the f ich glaube das war bei dem retts ich bin gestand oh tschuldigung gestand ist ein wenig ja ich bin gerade zerschlagen rum retts uns retts uns s stefan warte wer ist ne warte sag's mir vor dem spiel rett aus dieser situation nicht Das war's. Warum verrecken die eigentlich nicht? Ja? Ich zeige euch warum die nicht verrecken Einfach mal schicken wir mal einen Arcanistrahl machen Pech auf mich Ich krieg ihn schon down irgendwann Dauert zwar aber Das ist die Verlust Ines! Wir sind voll offen So Er reißt mich Hey gehts nicht lang Was ist denn jetzt passiert? Ich bin runtergeflogen Oh Rettest mich später Au Oh Notfallteleport Alter letztlich auch jetzt und setz uns und durch mich was er sagt wir müssen als letzten aber es ist auch nicht zu spät Besiegt. Ach fuck, die Gegner sind böse. Hm. Als irgendwas scheiden wir gewaltig falsch zu machen. Gewaltig falsch zu machen. Ja gut, auf jeden Fall wollen wir mal an. Wir stellen jetzt eine kurze Pause. Und bis gleich im nächsten Video.